Herr Börnsen, wenn Sie am 22. Mai als Bürgermeister wiedergewählt würden und keine Rücksicht auf einen Koalitionspartner nehmen müssten, was würden Sie dann als Bürgermeister als erstes machen? Also Ihre Frage unterstellt, dass es eine Last ist, Rücksicht zu nehmen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Das macht Freude und wenn die Ergebnisse gut sind, dann ist das auch der richtige Weg, mit Partnern politische Entscheidungen zu treffen. Rot-Grün hat fair, kollegial zusammengearbeitet, also keine Last. Rücksicht nehmen macht Freude in dem Zusammenhang. Wenn Sie die Ziele Ihrer Partei in drei Schlagworten beschreiben sollten, welche wären das? Eine faire Gesellschaft, eine gerechte Gesellschaft und eine Gesellschaft, die Chancen für jeden hat und jeder hat, alt und jung, Mann und Frau, ob hier geboren oder nach Deutschland zugewandert. Kommen wir von der Partei zu Ihnen persönlich. Was würden Sie als Ihre größte Stärke bezeichnen und was als Ihre größte Schwäche? Also Stärken sollten eigentlich andere beurteilen, aber wenn Sie mich fragen und ich der Frage nicht ausweichen soll, dann denke ich, dass diejenigen recht haben, die meinen, ich sei ein überzeugter, vielleicht auch überzeugender Bremer. Und ich glaube, ich kann ganz gut zuhören. Und was die Schwächen angeht, also die sind bei mir ziemlich offenkundig. Ich lasse keine Süßigkeit stehen und ein Jogger zu wenig. Kommen wir von Ihnen persönlich zu Ihrer Heimatstadt, kommen wir zu Bremen. Was bedeutet Bremen für Sie? Ja, Bremen ist meine Heimatstadt. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich mit Ausnahme meines Studiums immer zu Hause gewesen. Das ist die Stadt, die ich mag, weil sie aufregend, attraktiv, interessant, weltoffen, tolerant ist. Hier habe ich Freunde und Bekannte. Hier fühle ich mich wohl. Blicken wir nochmal auf den 22. Mai. Was gönnen Sie sich denn als erstes, wenn der Wahlabend gelaufen ist? Na ja, vermutlich erst mal durchatmen. Ein gutes Gespräch mit Freunden. Das wäre mir das Wichtigste an dem Abend. Herr Börnsen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.